Ein doofer Stern. Ich hab, glaub ich, noch gar nicht die Kanonen aktiviert in dem Kurs. Kann's sein? Nee. Aber wo ist der? Bom-Bom. Ist der bei dem Münzlerberin oder was? Na toll. Nein, das war nicht so geplant. Das war nicht geplant. Verdammt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh my God. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Ich bin allgemein in den Spielen schlecht, obwohl ich einen schon seit acht Spiele oder noch oder mein erstes Spiel ich glaube, das war gar nicht mal einfach was. Das war irgendwie ein Ohmry. Ohmry für den PC. Das ist dieses... Einer kennt dieses ähm Farben-Ohmry-Spiel da. Oder nicht Farben-Spiel, ähm wie hieß es denn? Dieses Ohmry-Studio, dieses Video-Studio, wo man da kleine Filme machen konnte mit Ohmry. Und dann, äh Zwar konnte man die nicht irgendwie in Arzt umwandern, genauso aber im Projekt bin ich doch vollkommen falsch. Ich musste erst mal die Kanone aktivieren, oder? Ist das da drüben, oder? Wo ist das? Ich kapier kann gar nichts. Müsste doch hier drüben sein, oder? Ah, nicht runterfallen. Das ist hier fatal, runterzufallen. Ich wollte hier ja nicht da hin. Ich wollte hier hin. Gucken, ob die Kanonen... Nee. Scheiße. Die sollen da rum? Na. Freundchen. Nein. Ach. Mario, du kannst das sonst mit dem Bandsprung zu gut, oder ich? Komm, höher, höher, und höher, und höher, und geschafft. Die sind hier... Ah, da ist es doch. Da ist doch die Bombe. Hi, ich mache ja auch eine Lolo-Bits-Safe. Ja, auch ein Bits-Safe für die Brine. Okay. Auf dem Schiff ist die. Das ist ein verdammt langer Weg. Ja, bla, bla. Jetzt darf ich bloß nicht sterben. Ja. Ich sag's kommt und vergesse... und vergesse mich abzuschließen. Wer pisst dich? Du gib mir lieber eine Münze anstatt, dass du mich nervst. Dann hab ich jetzt so hochkomme. Gut. Und... Na. Und hüpp. Und hüpp. Was brauche ich jetzt? Hm. Hüpp. Nein, diese geiße Dinge sind sowas so ungefährlich. Ah. Oh, das ist mir jetzt so gefährlich. Safe State. Okay. Ja. Ja, hier kann man einfach tricksen. Hier braucht man nicht zu springen. So. Oh Gott. 100 müssen wir alle zusammen hier. Das wird spaßig. Ich weiß eigentlich nicht, wo ich hier die ganze Lust hinbekommen soll. Sind irgendwie... Jetzt kommen gar nicht ganz so viele vor. Das ist doch richtig scheiße. Na ja. Na ja. Aber das Ding ist irgendwie ordentlich runterfallen. Also da drückt der hin. Links war ja links war das Schiff. Rechts ist das Haus. Nach links bitte. Ich meinte, dreht den Teppich, damit er schnell ist. Ich versuche in den Rücken. Ich weiß halt was los, aber irgendwie geht's nicht. Er geht es jetzt nicht schneller. Er kann nicht schneller als 30 Stundenkilometer fahren. Sind noch nicht mal 30. Das sind vielleicht mal 20. Ich glaube, da ist so viel wie ein Mensch rennt. Also nicht... Ah, nicht gerade viel. Diese Dinger hier nerven. Diese komischen... Dreh... Ähm... Ich hab nur... Was hab ich denn gemacht heute eigentlich? Äh, Begin Maker hab ich gemacht. Äh... Gespielts ein bisschen. Das war's eigentlich. So, wo ist denn jetzt die Kanone? Da hinten, oder? Verpiss dich. Ja, die hinten. Oder? Kann ich das Ding eigentlich nicht auch mit... Ah, verpiss dich. Scheiß wie. Mann, ich hasse dich. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Das hatte ich nämlich schon mal. Als ich von dem Ding da, von der, ähm, 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 ach, ihr wisst, was ich meine, runter bin, hat er mich gepackt, sofort auf der Stelle und hat mir runtergeschritten von dem Teil. Das war sowas ne Scheiße. Gott, das hat mir sowas ne aufgeregt, den ganzen Blick wieder da hinzulatschen. Ich hoffe, jetzt dürfte der Stern kommen, wo ich nicht weiß, was ich machen muss. Der Stern des Anwesens, genau. Der Siebte. Jetzt aber glaube ich nicht der Letzte. Da weiß ich nicht, was ich machen soll, aber ob mir nicht angezeigt wird. Naja, das verlassen wir, okay. 20 Minuten. Nein. Ich bin mir wird. Was kann man denn jetzt noch machen? Wir könnten... Ja, ich will jetzt mir hier die Kurse fertig machen, bevor ich die westlichen Geheimstände einsammle. Wir könnten Bowsernarsch treten, den dritten, aber das will ich auch nicht machen. Das will ich machen, wenn ich 150 Sterne und die Häschen-Eule habe, wenn ich das Spiel also komplett durchgehebe. Und wenn ich 1508 feste ich war, bei Bowsern gibt es noch zwei Sterne. Sorry. Ja, sonst kann mir eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Irgendwie. Na gut, dann werde ich dann nachher wieder aufnehmen. Es ist auch schon nur ein Viertel sechs. Jetzt will ich mal schlafen, aber egal. Nehme ich dann nachher noch auf, wenn ich mir dann noch kommt wird. Ich muss die Rate ziehen und gucken, was ich da nicht machen muss. Ich will den auch nicht ewig herum suchen, weil der Wett ist das fatal. Es ist einmal gestorben hier und werde ich noch unterwegs im Opa gelangen. Jetzt habe ich mir nur drum herum geredet. Naja. Nun gut. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Super Mario 64 DS. Ja Mario, ähm, Mario, sag mal bei... Ja, tschüss. Musik Musik